Na gut, was ist das, kommt als nächstes. Das ging nachher etwas, wo wir Mordin brauchen könnten. Und Geras natürlich auch. Die Dossier sagt nicht, wenn O'Kir ist auf dieser Planeten von der Wahl. Assume hostiles. Es gibt nur eine Maßnahme von Erfolg. Ein Kroganer Warlord 5. Das ist ja auf Mass Effect 1 Niveau. Also Gareth ist wirklich dein Aim. Also das N7 auf meiner Rüstung würde wohl eher auf Allianz schießen lassen. Ich habe eine schöne Applikation von Metagel bereit zu gehen. Aber wenn du lieber, einfach weiter zu gehen. Scheiße. Ich... Ich weiß einfach nichts. Ich schreie einfach die Überfläche aus den Labs. Der alten Krogan da oben... Er hat wirklich schon in die Haus geschlossen. Jador hat ihn geholfen, um ihn zu machen, aber die Krogan er macht, sind verrückt. Also wir ihn für live-ammo-training. Das ist alles schrecklich. Ich bin nicht genug bezahlt, um zu blühen. Outpost 4. Jador will uns zu bewegen. Wir brauchen die Koordinaten auf dem Krogan pack. Ich will deine Freunde weg. Entschuldigung? Uh... Patrol? Der letzte Gruppe... Dispersed. Lass Sight fünf Minuten vor. Dispersed? Jador wird Pissed. Sie wollen eine Show. Du hast für ein Report. Du hast es. Dispersed. Entschuldigung. Wir sind zurück in den Labs. Da. Siehst du? Ich helfe dir. Wenn du jetzt anfangen möchtest, findest du einen schade Ort, bevor du rauskriegst. Scheiße. Oh, Scheiße. Oh. Anfänger zu Anfänger. Literal. Necessary. Vielleicht nicht. Es fühlte gut, doch. Komm schon. Ich bin ein Roller-Roller, in Jadoras Lab. Aber keine Renegade-Punkte. Ah, ich kann da oben nicht hinziehen, oder? Doch. Nee. Das Problem ist auch im ersten Effekt zu weit, dass es viele Orte gibt, wo Gegner stehen. Aber wo man zum Beispiel mit biotischer Sturmangriff nicht hinkommt. Wenn man da oben hinkommen würde. Man käme da nicht mehr weg. Aber nicht. Sehen wir den spraw 할 Dänken. Dänken. Sprecher mit Bö Geert! folks. So, das wäre erledigt. 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 So, das wäre es, weil meine Blut und Böden sagen, ich soll. Aber das ist nicht warum ich aus der Glastmutter wurde. So, das ist das, was ich in meinem Kopf höre. So, das ist das, was ich in der Wasser gesagt hat. Das ist das, was ich in der Wasser gesagt habe. Das ist warum ich hier warten. So, das ist das, was ich hier. Kannst du mir den Laborator? Ich muss mit Okir sprechen. Die Glastmutter. Sie ist auf, past die Böden parts. Behind many of you fleshy things. Ich will show you. Glad he's friendly. You fleshy things are slow when big things are in your way. Willst du mir zeigen? Kannst du uns den Weg zeigen? Wir helfen uns in den Laboratorn? Nein. Ein Krogan, nicht zu kämpfen? Ich werde kämpfen, wenn sie kommen. Aber ich fühle mich tief, dass ich wundere. Ich töne, aber nur hier. Ich bin nicht perfekt, aber ich habe purpose. Ich wundere, bis ich wundere. Wundere. Ich glaube, Release in diesem Zusammenhang wäre eher freigelassen, als losgelassen. Wir gehen in deinem Leben. Sie sind auftritt! Wir gehen in deinem Leben! No! Oh, pf*****! Keine Ahnung! Bohanischer Berserker. So muss das besetzt werden. Wäre das Team Essertwijk 1, würde da wahrscheinlich Kroganer Berserker stehen. Ah... Wollte ich nicht. Ah, beim ersten Mal gab der irgendwie keinen Fack. Krogan took down the grid. We're blind and getting hit on all sides. Where are the heavies? Kann ich wieder die andere? Viel Munition ist das nicht. Oh, noch mehr Treppen. We can use this. Oh, noch mehr Treppen. Also die Raketen, die mich für den Arsch werden, die mich so verfehlen. Soll mir recht sein, aber... ...dass mich für den Arsch werden. Oh, noch mehr Treppen. Oh, noch mehr Treppen. Oh, noch mehr Treppen. 4.000 Credits. Ja, die kann man ja wohl mitnehmen. Oh, noch mehr Treppen. Von, wie langsam auch diese Raketen sind. Oh, noch mehr Treppen. Ah. Zeigen wir doch mal, warum wir Frontkampfer sind. Aber Shepard ist ja echt stark, wenn so vier, fünf Schläge mit, ne, hier. Auch wenn es mit dem Ellbogen ist und so, aber ne. Malweise kriegt man glaube ich jemanden nicht, so wie ich mit dem Ellbogenstoß umgebracht. Und so, wie ich mit dem Ellbogenstoß umgebracht habe. Und so, wie ich mit dem Ellbogenstoß umgebracht habe. Und so, wie ich mit dem Ellbogenstoß umgebracht habe. Und so, wie ich mit dem Ellbogenstoß umgebracht habe. Ja, das muss man echt aufpassen. Tschüss. Ich kann nicht nur aufhören. Ja, das war's. Oh, 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 oh. Und jetzt? Ach, da geht's lang. Ranathenoptes, you let me go when you destroyed Saren's lab on Vermeier, had to outrun a nuke in a utility pod, but it's still a second chance. I assume you have a good reason for being at this lab. Don't worry, I'm not wasting the chance you gave me. My work here, strictly beneficial. Not for the mercs. Jador's on a standard power trip. But Okir is trying to do something good, even if his methods are a little extreme. Everyone deserves a second chance, right? And sometimes giving one pays off. I take care of my debts. What's Okir trying to do here? It's complicated. Jador wants a private army, but Okir mostly ignores her. He's running the project for his own reasons. I created a mental imprint routine to educate his tank bread. Most don't get through it. He dumps them for some reason. He wants to help his people, but he's not looking for a genophage cure and he's not going for numbers. That's all I know. Finding you in a place like this makes me think letting you go was a mistake. You don't want that. We agree on that. Don't worry. I plan on staying as far away from anything to do with you as possible. Now if you don't mind, I'm gonna run like hell before you blow the place or something. I know how you work. Should have killed her. Too much knowledge without ethical boundaries. Here you are. I've watched your progress. It's about time. The batteries on these tanks will not wait while you play with these idiotic mercs. I take it you're okir. You don't seem particularly caged. We're grateful that I'm here. You may claim to be here to help, but the formerly deceased Shepard is not a sign of gentle change. Surprised? All Krogan should know you. I'm sure Rana has already revisited your actions on Vermeier. I'm sure you're eager to retell the story. Such a tale. Saren, the Spectre Traitor, threatens the return of the Krogan Horde by curing the Genophage, undoing the gentle genocide of the Turians and Salarians. But, before Saren can deliver his endless troops, Inride Shepard, securing victory through nuclear fire. I like that part. It has weight. I didn't have a lot of room for finesse. If there'd been any other solution, I'd have considered it. But I approve. Saren's pale horde were not true, Krogan. Numbers alone are nothing. The mistake of an outsider. One that these mercenaries have also made. I gave their leader my rejects for her army. But she grows impatient. It's time for you to take me out of here. Personal issues irrelevant. Here for the collectors. I see. Yes. Collector attacks have increased. A human concern. My requests were focused elsewhere. I acquired the knowledge to create one pure soldier. With that, I will inflict upon the Genophage the greatest insult an enemy can suffer. To be ignored. What did you get from the collectors? I need whatever you know about them. They are strange. So isolated, yet very available when your sacrifice is big enough. I gave them mini Krogan. I may have information for you. But the tech was consumed in my prototype. After I determined how to use it without killing the subjects. The deaths were unfortunate, but I only need one success to start the process. I thought the Krogan ideal was a return to the numbers that threatened the galaxy. We will not need numbers. My soldier is a template. It is a greater threat than all the Phantom siblings that would have been at its flank. The galaxy still bears the scars of the Horde, but it will learn to fear the lands. Your methods are extreme, but you know how to deconstruct a threat. Will you help us? Perhaps I can strike a deal to secure passage. But my prototype is not negotiable. It is the key to my legacy. Attention. I have traced the Krogan release. Okir, of course. I'm calling blank slate on this project. Gas these commandos and start over from Okir's data. Flush the tanks. She's that weak will. She'll kill my legacy with a damned valve. Shepard, you want information on the collectors? Stop her. She'll try to access contaminants in the storage bay. You can just start over like she plans to. What's the big deal? This tank is pure. It involves as much trial as data. Starting over will not duplicate it. It must survive. Jador will be with the rejected tanks. Kill her. I will. Stay. And do what must be done. Ok. This looks interesting. Kann man damit nehmen.